Hallo Freunde des Legens, was ist die richtige Technik auf den Punkt zu legen? Du hast eine Minute um deine Kugel zu spielen, deshalb schlage ich dir vor 30 Sekunden zu nutzen um das Gelände zu lesen und nochmal 30 den richtigen Wurf auszuführen. Wie nutzt du 30 Sekunden für die Analyse? Zuerst gehst du hinter das Schweinchen, am besten in die Hocke, um einen besseren Blick auf die Unebenheiten zu bekommen, die du aus dem Kreis vielleicht nicht gesehen hast. Dann suchst du dir einen Punkt, an dem die Kugel beim Wurf aufkommen soll, dazu kommst du in den Kreis zurück und nimmst dir die Zeit, genau hinzusehen und den richtigen Punkt auszuwählen. Jetzt habe ich mir diese Stelle als Auftriffpunkt ausgedrückt. Warum? Nun, die Oberfläche ist dort eben und ohne Steine. Und nun, was ist die richtige Technik zum Legen? Du nutzt eine Schwingtechnik, mit der du gerade auf das Schweinchen spielst. Ziele zuerst und mit dem Rückwärtsschwung kommt die Geschwindigkeit, die Kugel dorthin zu werfen, wo du sie haben willst. Jeder hat seinen Wurfstil und dies war meiner. Such deinen sorgfältig aus und wir besprechen uns weiter, wenn wir uns wiedersehen. Auf bald, lege Freunde! Auf geht's zur nächsten Runde! Auf bald, lege Freunde! Auf bald, lege Freunde! Auf bald, lege Freunde! Bis zum nächsten Mal.